Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnung, ja, aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren und du ebenso. Wir tun, was immer wir. Wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 mein Sohn, mein lieber süßer Sohn. Und Mutter, da, sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Luki. Das klären wir einander mal. Das klären wir ein Riesin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. Ich mach sie. 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 Vielleicht ist er ja etwas, wenn wir heinkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß. Aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurz Zeit. Wenn er ist, wenn er ist. So leicht würde sie nicht auf, oder? Sie gibt sie nicht auf, oder? Sie gibt sie nicht auf. Ich will nicht auf, oder? Ich will nicht auf, oder? Ich will sie 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 nicht auf, oder? Ich mach schon. Ich nehm den höher. Ich mach schon. Ich mach schon. Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir. Alles in Ordnung? Es ist schon gut. Was? Zu groß? Na bitte. Ganz brav. Atreus. Es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Er ist ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Er ist ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Sogna... Heytan... Sogna... 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 Komm... Wir trainieren... Was? Nein! Es ist mitten in der Nacht... Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf... Warum? Wurzu? Immerzu trainieren wir nur, immer! Es reicht nicht! Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht! Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind! Los jetzt! Die Zeit läuft uns davon! Es heißt auf Fimbulwinter folgt Ragnarök! Der Krieg kommt! Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun! Ich sollte mich nicht im Wald verstecken! Ich sollte draußen sein! Rausfinden, wer ich bin! Wer Loki ist! Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern! Ich will mit niemandem kämpfen! Ich will nur antworten! Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das! Wir wissen nicht, was Mutter wollte! Und das werden wir wohl nie! Halt zu! Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Halt zu! Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Acht? Wartausendeispend! Halt zu. Acht? Acht? Bäh! Bäh! Los, an! Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Ah, verdammt! Na schön, Bruder. Gute Nacht. Wie kommt der Tod! Katos? Kommst du mit mir? Faye? Bist du bereit? Du gehst als SSI mir persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Na schön, Sonnenschein. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grünzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Einen Wolf. Ja. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Nähre dich langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein. Nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Soll ich denn etwa aufheben? Sehr brav. Faye. Faye. Faye! 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 Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! 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 Bruder? Bruder! 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 Untertitelung des ZDF, 2020